So, weiter geht's, weiter geht's. Wir hören nicht auf. Hier kommt dieser junge Mann. Romano. Ja, hat vorher Klassikmusik gemacht, dann hat er ein bisschen gerappt, schon auf Englisch. Und dann hat er ein deutsches, in Anführungszeichen, Rap-Album gemacht. Hört euch einfach mal, guckt euch mal das Video von Metal-Kutte an und dann wisst ihr, worum es geht. Vielleicht hat der ein oder andere von Klaps auf den Po gehört. Das ging auch ziemlich steil. Köpenick mochte ich gerne. Die sind halt irgendwie alle ganz cool, die Lieder. Es ist witzig gemacht. Lustiger Kerl, sieht witzig aus. Weiß, dass er witzig aussieht. Hat lange Haare, sieht aus wie ein Indianer oder so. Also Metal-Kutte, auf jeden Fall angucken. Link ist in der Beschreibung.